Auf mit Snipen Junge! Bleibt doch ruhig liegen! Weiß ich was er für einen Plan hat, aber mein Plan war ihn zu töten. Da am Geschütz, weg mit ihm! Oh schön, da ist jemand durch meine Mine! Hier! Hm... Ich glaube, ich habe erstmal keinen Nutzen dafür. Vielleicht jetzt? Ja... Alles da auf die Seite, so gefühlt. Jawoll! Hab was gebracht! Und jetzt noch hier das Geschütz dran. Dann ist alles okay. Okay... Überlebt das einfach! Oh grad noch so! So! Yo! Was ging jetzt da ab? Wo kamen die ganzen Leute her? Grad noch so! Ui! Alter! Alter! Die Kapitalisten werden sich an diese Niederlage erinnern! Du bist so sehr gut! Die Kapitalisten werden sich an diese Niederlage erinnern! Du bist so sehr gut! Okay... ... ... ... ... ... ... 25.13 bin ich gegangen. Federzug. Okay.